so wir sind live sehe ich hier gerade noch keiner da aber wir sind live zum ersten spin und speed instagram live channel haben wir die sofia eingeladen und die wird auch gleich uns zugeschaltet werden kleinen augenblick und wir sagen grüß dich erst mal vielen dank dass das geklappt hat dass du dir die die zeit hier nimmst mit uns eine halbe stunde ein bisschen zu klaudern bisschen zu quatschen viele viele fragen bekommen also da wollen ganz 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 viele leute ganz ganz viel von dir wissen ich glaube wir kriegen das in der halben stunde bestimmt wunderbar die erste frage in der jetzigen zeit ist natürlich wie geht es dir alles gut bei euch alle gesund alle munter ja also alles gut alle gesund zum glück keiner irgendwie erkrankt oder generell irgendwas sondern alles super das ist schön schön zu hören wir hoffen auch dass es so bleibt die zahlen gehen ja immer weiter runter wir haben in der tat viele fragen zu corona auch bekommen und und halt auch im training wie sieht dein training momentan aus wie trainierst du jetzt also zum glück kann ich schon sehr sehr lange wieder in die halle gehen ok in welcher halle wo trainierst du das ist ungefähr zwei drei minuten von mir zu hause ok und dann es gab vor sechs sieben wochen so eine regung dass kaderspieler wieder die möglichkeit bekommen können zu trainieren und seitdem habe ich auch die halle alleine und das ist echt schon ein vorteil und deswegen vom training läuft es eigentlich gut ok mit wem trainierst du ich trainiere mit zwei trainingspartnern die kommen ja auch aus der nähe und ich habe praktisch die erlaubnis mit noch zwei drei anderen zu trainieren also die haben da praktisch auch die erlaubnis zu trainieren und dann trainiere ich noch mit meinem trainer wer ist dein trainer patrick ruland hier aus der umgebung ok und dein bruder ist dein lieblingstrainingspartner also ja wir trainieren schon immer gerne zusammen wo spielt er hier bei uns im verein nächstesal in der hessenliga vorne wer ist besser wir spielen nicht richtig gegeneinander er spielt halt abwehr ok aber es sind schon immer ganz also wir betten uns schon doch bei den übungen es klappt gut also wir sind ungefähr auf dem gleichen niveau ok dann passt das ist schön wie das vor vor corona aus also wann durftest du im prinzip oder wann konntest du nicht mehr richtig trainieren wann war das also ich kann mich noch daran erinnern dass ich aus kroatien wieder gekommen bin von 21 europa meisterschaften ja und dann war es so der komplette lockdown das war auch das letzte ereignis was es überhaupt gab ich kann mich noch daran erinnern dass wir schon mit mundschutz irgendwie am flughafen waren da war das also schon präsent und als wir dann zurückgekommen sind das wochenende das war krass weil hätte es eine woche später stattgefunden hätten wir schon gar nicht mehr durchfliegen können da war dann so der lockdown und ich hatte eigentlich glück dass ich nie richtig aufhören musste zu trainieren weil ich unten im keller zu hause eine platte habe und zwei geschwister und deswegen habe ich dann eigentlich immer so zwei mal versucht am tag was im keller zu machen klar ist das nicht so wie in der halle aber ich sag mal besser als nichts und das ging auf jeden fall gut und ja da kann ich mich auch glücklich schätzen dass das dann so gekommen ist ja in der tat ist echt schön würdest du sagen dass dein damaliger verein bad driburg wahrscheinlich aufhören musste durch diese corona krise also ich denke so das war das tüpfelchen wegen corona weil auch gerade bad driburg stark davon profitiert hat von kleinen sponsoren also viele restaurante und alles und deswegen war das halt die restaurante sind ja dann auch irgendwie haben selbst so mit der existenz gekämpft dann war schwer noch jemanden zu sponsoren aber für uns spieler war das ich schon klar dass es nicht mehr so lange mit bad driburg geht aber dass es dann so schnell war war dann auch irgendwie schade wie ist der kontakt dann auch weil gekommen eigentlich ganz spontan also das sind ja schon paar kilometer dann oder die du immer fahren musst ja wobei ich froh bin dass ich überhaupt dann also was mich noch viele angefragt haben weil es dann doch relativ spontan war aber eigentlich hat mich der sohn von dem verein praktisch von dem leiter angefragt also tom eisen ist auch wahrscheinlich ist ja auch bekannt in der szene und genau der hat dann den kontakt geknüpft und dann haben wir direkt gut geeinigt ihr habt eine relativ junge mannschaft da jetzt ne ja schön fühlst du dich da dann wahrscheinlich auch wohl oder ja ich hatte ja schon das glück dass ich auch im betrieb eine sehr junge mannschaft eigentlich hatte ja und deswegen poste ich da gut rein viele haben gefragt wie alt bist du jetzt 17 17 aber gerade erst geworden also ja am 8. Mai also okay kann man ja fast noch nachträglich gratulieren danke das heißt du trainierst jetzt ganz normal wieder zweimal am tag ähm ja ein bis zweimal am tag okay weil ich auch normale schule habe wieder das wäre die nächste frage habt ihr den normalen regelunterricht oder präsenzunterricht nur ähm also so halb ich sag mal so also wir sind auf jeden fall der einzige jahrgang in der schule der komplett alle tage da ist und das schon seit sieben acht wochen würde ich mal schätzen ähm aber die stunden sind schon etwas gekürzt also klar wir haben keinen sport und keine nebenfächer so in den die stunden sind so kunst und sowas was halt ausfallen kann okay ja okay ähm welche klasse bist du? ähm elf oder zwölf also man weiß es noch nicht so genau ich mache nächstes jahr Abi und ich habe äh sozusagen G8 gehabt deswegen für manche ist es die elfte klasse für manche gezogen ah ok wie sieht es aus? welche Leistungskurse? ähm Bio und Probi also Politik und Wirtschaft und Biologie und was macht mehr Spaß? nicht dass ich jetzt irgendeinen Lehrer von dir in Bedrängnis bringe ich hätte gerne Sport gemacht aber das geht ja doch mal in der Schule nicht ähm ich würde sagen es ist ziemlich ausgeglichen ok gute Schülerin? ja also ungefähr Schnitt 2,0 ok ja perfekt für den ganzen Aufwand den du ja noch nebenbei machst ist das ja echt sensationell gut ähm sprechen wir ein bisschen über die über die neue Saison ähm wie sieht es aus in der Damen Bundesliga? wie viele Mannschaften habt ihr in der Bundesliga? ähm sieben oder acht also relativ wenig im Vergleich zu den Herren, ne? wenig, ja ok und äh was hast du dir vorgenommen? was willst du für eine Bilanz spielen? oder was sind die Ziele von eurem neuen Verein? von deinem neuen Verein? ähm ich hab persönlich noch mit keinem Kontakt gehabt aber ich denke dass wir die Playoffs erreichen wollen und ähm ja ich genauso oder besser spielen will als letzte Saison weil ich ja man es ja auch gut vergleichen kann weil ich eigentlich an der gleichen Position gespielt habe wie hast du letzte Saison gespielt in Bad Tribor? äh ich glaube im Endeffekt war es 13,3 oder 14,4 irgendwie so um den Dreh aber da warst du ja noch 16 das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis dann ja passt ganz gut ähm wunderbar und ähm Schüler wollten jetzt wissen dein TTR-Wert weißt du den? oder ist der dir gar nicht so wichtig? ähm ehrlich gesagt weiß ich ihn nicht ok weil ich da oder wir generell ähm auch mit denen die nicht so Kontakt haben auf Lehrgängen oder so wir eigentlich gar nicht da reinschauen ähm ähm das zählt ja auch nur wenn man die Mannschaft aufstellen will aber wir persönlich gucken da eher mal Anfang des Monats auf die neue Weltranglisten Punkte aber ich würde so um den Dreh 2050 schätzen aber ich bin mir nicht sicher ich habe da wie gesagt echt lange nicht mehr reingeschafft weißt du denn deine Weltranglisten Position bei den Damen und bei den was ist das? Junioren dann ne? U18? U18 ok U18 Weltranglisten bin ich 18 und Europa 5 und ähm bei den Damen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht weil ich bis jetzt nur zweimal Jump Open gespielt habe und sonst ja keine ähm Turniere spielen konnte und dementsprechend wird man da ja auch nicht reingewertet seit dem neuen System da wird man ja wirklich nur gewertet wenn man auch spielt und wenn man nicht viel spielt dann kann man das nicht abschätzen das war ja vor ich weiß gar nicht vor zwei, drei Jahren war das ja noch anders da wurden ja auch die Jugend Turniere mit in die Damenwettung gezählt aber das zählt ja jetzt alles nicht mehr das heißt wenn man aus der Jugend rauskommt dann fängt man von vorne an ok was spielst du lieber dann die ich sag mal den Erwachsenenbereich oder schon lieber den Juniorenbereich was macht dir mehr Spaß? ähm eigentlich macht mir der Erwachsenenbereich in dem Sinne mehr Spaß dass man irgendwie ein bisschen auf sich alleine gestellt ist und so alleine alles testen kann und so ein bisschen Selbstverantwortung über sich auch zu haben ähm das ist halt bei den Jugendturnieren alles sehr sehr vorgesetzt also da wird dir vorgeschrieben wann du ins Bett musst wann du aufstehen musst wie du dich einzuspielen hast mit wem du dich einzuspielen hast wäre also das ist alles sehr strikt da deswegen macht es mir eigentlich bei den Damen schon echt mehr Spaß wobei natürlich auch so Turniere wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften Europameisterschaften auch eine coole Erfahrung sind da kommen wir schon zu den Europameisterschaften ich vermute jetzt mal dein größter sportlicher Triumph mit der Mannschaft oder wie wertest du die ganzen Erfolge die du ja in deiner jungen Karriere erreicht hast wie wertest du die was steht bei dir auf Platz 1, 2, 3 ich denke das mit der Mannschaft letztes Jahr war auf jeden Fall eines der überraschendsten weil ihr wart kein Favorit ne nein wir waren vielleicht an 5, 6 gesetzt ich bin mir gar nicht mehr sicher ja wir haben eigentlich zwei, drei Tage vor dem Finale hatten wir eigentlich so gedacht dass wir die einzige deutsche Mannschaft sind die keine Medaille holt weil es bei den anderen Teams also Jungs Schüler und Schülerinnen eigentlich sicher war dass die eine Medaille holen und wir dachten dass wir die einzigen sind die keine holen im Endeffekt haben wir alle eine Medaille holt und wir dann gold deswegen war das auf jeden Fall am überraschendsten und es waren ja auch immer sehr sehr knappe Spiele also genau aber ich ich könnte gar nicht sagen was jetzt so der Beste ist weil alle irgendwie was schön ist und auch die ganzen deutschen Meisterschaft die sind ja auch irgendwie total was wert und auch dass ich U15 schon mit Nastja Doppel-Europameisterin bin oder auch der Europe Top 10 Sieg ich kann mich nicht entscheiden kann sich nicht entscheiden okay aber generell natürlich schon eine ganze Menge was du da in deiner jungen Karriere schon erreicht hast Wetzlar letztes Jahr Damen Top Spiel gemacht die ganze Halle stand Kopf hast du das noch in Erinnerung war eins deiner schönsten Spiele vielleicht oder deiner das war halt auch in Hessen Lokalmatador die Halle stand Kopf als du 4 zu 3 gewonnen hast sehr emotional vielleicht das emotionalste Spiel ja auf jeden Fall eins das mir sehr sehr stark in Erinnerung ist und auch eins was mir am stärksten in Erinnerung ist weil ich damit überhaupt gar nicht gerechnet habe weil vorher auch irgendwie viel Stress war viel los war und ich dann schon echt zu kämpfen hatte in der Achselrunde gegen Schreiner und dann habe ich auch eigentlich bin ich nicht so der Noppenfreund okay obwohl dein Bruder Materialspieler ist ja okay und deswegen ja fand ich überraschend dass ich überhaupt so ein gutes Spiel absolviert habe und dann natürlich war mir das gar nicht bewusst dass die Leute so polarisieren in dem dass ich für Hessen spiele und dass es in Hessen war das war echt das hat mich sehr überrascht und gefreut hoffentlich ja auf jeden Fall okay weil wir gerade beim Material waren auch da wollen viele von dir wissen du hast einen Jola Ausrüstungsvertrag und welches Jola Material spielst du dann ich spiele auf beiden Seiten Riser 50 Bro und das Nobilis Häus ui da geht es ja schon nach vorne das ist ja schon relativ schnell von der Geschichte ja okay wie oft wechselst du deine Belege ganz unterschiedlich es kommt immer darauf an ob er eine Trainingsphase ist oder eine Wettkampfsphase ich würde mal so schätzen so alle 3-4 Wochen okay das ist ja schon ein ganz schöner Verschleiß dann auch aber man muss jetzt hier auch mal der Firma Jola danke sagen dass die dich einfach mit uns hier so ein bisschen auch sprechen lassen der Sven Müller Wirt hat ja auch ein bisschen geschrieben und wir haben zum Schluss ja noch ein bisschen was im Petto was eine Verlosung angeht ich will jetzt nicht zu viel verraten aber die haben das ja auch gepostet und re-gepostet heißt das also da muss man auch Firma Jola mal Danke sagen dass die auch den Kontakt so ein bisschen haben hergestellt mit Sven habe ich ein paar Jahre in Grenzau oben im Shop zusammengearbeitet also ein ganz ganz nettes Verhältnis auch ich glaube du bist fühlt dich da auch gut aufgehoben oder ja auf jeden Fall ich fühle mich wohl wie war das Fotoshooting war gut war cool auf jeden Fall mal was anderes ist aber auf jeden Fall sehr cool wo war das in Grünwattensbach ah da in dem vom vom A.S.V. genau in der Halle ja okay dann wollen noch ganz ganz viele von dir wissen wer ist dein großes Vorbild oder dein Idol Vorbild Idol im Tischtennis sag jetzt nicht dein Bruder sondern meine Geschwister auf jeden Fall nein nicht dass ich nachher noch Ärger bekomme ja eben nachher hat der Haustürschlüssel nicht mehr wenn du wieder nach oben willst ich glaube es gibt gar nicht so dieses eine sondern ich bin eher so nicht so auf eine Person fliziert sondern wenn ich auf Tischtennis gucke oder wie auch immer gucke ich eigentlich von jedem immer oder auch sehr wichtige Spiele gucke ich eigentlich auch ist es egal wer da an der Platte steht ich denke man kann sich von vielen was anderes abschauen deswegen gibt es gar nicht so das eine Tischtennis Vorbild von dem ich versuche genauso zu sein genauso zu spielen sondern ich denke gerade auch wenn man individuell Sport betreibt dass man sich davon vielen so stückweise was abgucken kann deswegen sind so im Prinzip alle Topspiele alle die es nach ganz oben geschafft haben irgendwie eine Vorbildrunde okay jetzt backen wir uns den Spieler Vorhand von wem die Vorhand Malong okay Rückhand oh Rückhand Panchenlong oder auch Ofterov ist ja auch bekannt für seine Rückhand Beinarbeit Panchenlong Panchenlong bist du eher ein bisschen oder Ticheln ist auch Ticheln ist vielleicht noch krasser geht auch noch ne Aufschlag Timo und schon wirst du Weltmeisterin ist doch ganz einfach bist du bist du gerne beim Training oder muss man dich ein bisschen mehr motivieren oder sagst du ey das ist klasse ich freue mich drauf bist du eher ich übertreibe das mal bist du ein bisschen faul oder sagst du Hurra ich glaube in gewisser extra 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 keine Ahnung was machst du noch extra wenn du wenn du Hobbys anstiegst oder jetzt in der Corona Zeit weiß ob ein zwei Mal mit meiner Schwester laufen oder fahre jetzt mal zum Fahrrad zum Training also ich mache schon viel Sport aber klar gibt es manchmal auch Phasen wenn man viel weg ist viel unterwegs ist viel mit der Schule hat dass man dann irgendwie auch mal sagt ich will schon lieber mal einen Tag Pause haben was was machst du sonst noch außer Tischtennis und Sport was hast du noch an Hobbys oder als Ausgleich also ehrlich gesagt gibt es nicht so viel wozu ich Zeit haben könnte aber ich habe ich glaube als ich fünf war habe ich so ungefähr vier fünf Jahre Klavierunterricht gehabt oh okay und wir haben auch ein Klavier zu Hause da gehe ich ab und zu noch mal dran aber meine Geschwister oder meine Eltern nervt es auch immer weil ich öfters die gleichen niederspiele aber die Nachbarn beschweren sich nicht oder nein nein alles gut also wir haben ein Haus deswegen hat das keiner zum Glück aber da gehe ich ab und zu gerne mal dran weil es mir auch eigentlich echt Spaß macht und auf jeden Fall ein Ausgleich zum Sport ist und sonst was ich früher also sagen wir mal die letzten drei Jahre gar nicht gemacht habe weil es mich mit Freunden treffen aber das habe ich jetzt mit Corona also konnte ich das wieder und das ist auch absoluten Ausgleich zur Tischtenniswelt zur Schulwelt und das ist auf jeden Fall auch sehr abwechslungsreich und macht auch echt Spaß mal was mit Freunden zu machen weil ich das so eigentlich gar nicht mehr kannte weil ich irgendwie nie Zeit dafür hatte und dann wird wahrscheinlich auch nicht nur über Tischtennis gesprochen oder sondern halt auch auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall okay das ist dann der Ausgleich dafür quasi das ist auch eigentlich das Gute weil zum Beispiel die Schulfreunde interessiert das gar nicht so mit dem Tischtennis klar fragen die ob ich weg war ob ich gewonnen habe aber für die ist das dann auch so wenn ich da bin bin ich ganz normal also die fragen da eigentlich gar nicht ständig nach sondern sind eigentlich mal froh dass ich auch vom Tischtennis weg bin und dass man nicht Tischtennis irgendwie läuft das tut auch manchmal ganz gut glaube ich dass man dann nicht nur über Tischtennis oder über Niederlage spricht sondern wenn man dann in sein Umfeld kommt und die Freunde oder Freundinnen sind da dass man dann einfach auch mal was anderes machen kann ja auf jeden Fall die nächste Frage lieber Pizza oder lieber Burger ich habe mir nicht ausgedacht die Fragen die sind hier reingekommen ich muss sagen schon beides sehr gut ich esse häufiger Pizza aber ab und zu so ein guter Burger das ist also das ist eine ganz schwere Frage aber wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist da wird schon ein bisschen mehr auf Ernährung dann geachtet ja auf jeden Fall da wird es einem das noch gar nicht angeboten ich weiß noch bei den Euros ist es immer so dass wir zwischen den Mannschaftswettbewerben und den Individualwettbewerben immer Eintag frei haben und da durften wir uns immer eine Pizza bestellen das war dann für uns ja die Welt war wieder in Ordnung sozusagen die Welt war wieder in Ordnung schön aber sonst ja nee darf man da nicht so viel ungesundes Essen und dann geht es gleich weiter nicht nur mit dem Essen sondern Lieblingsgetränk also wenn ich mal irgendwo essen gehe oder wie auch immer bestelle ich mir häufig Eistee oder eine Sprite okay noch nichts Alkoholisches darfst du noch nicht mit 17 oder zumindest darfst du es nicht sagen ja wie sieht dieses Jahr aus internationale Turniere eher schwer oder ist glaube ich alles abgesagt bis jetzt ja wobei also ich habe jetzt gehört dass die Euros wahrscheinlich im September stattfinden ich weiß jetzt nicht wie fest oder wie das aussieht aber die sollen eventuell wieder im September starten okay wo wären die in Zagreb ah okay schöne Stadt aber da seht ihr nicht da seht ihr nicht viel von dann ne ne leider nicht wie gesagt es gibt bei den Euros immer nur einen freien Tag aber das ist meistens so kaputt da will man eigentlich gar nicht so viel raus gehen da will man eher irgendwie den Tag im Bett verbringen oder trainiert nochmal deswegen ja sieht man dann echt wenig von der Welt die nächste Frage die hier einer gestellt hat ist welche Ziele hast du noch im Tischtennis fangen wir mal mit den mit den Juniorinnen an also die die U18 wie sieht es da aus also ich würde schon noch gerne eine Medaille einmal zu holen und sonst vielleicht später Olympia Weltmeisterschaften Europameisterschaften im Darmbereich dann genau ja das wäre schon cool das wäre schon cool in der Tag also wir wünschen dir da auf jeden Fall viel viel Glück für und alles alles Gute und vor allem dass du da auch gesund durchkommst bist du schon mal hattest du schon schwere Verletzungen Gott sei Dank also eine richtig schwere Verletzungen hatte ich noch nie ich hatte mal zwei Wochen Tennisarm oder letztes Jahr vor den Euros habe ich mir irgendwie was am Rücken gezerrt oder wie auch immer aber es ist immer nur so eins zwei Wochen oder einmal die Schulter eine Woche aber noch nie so wo ich sage okay jetzt musste ich wirklich mal einen Monat zwei Monate pausieren das war zum Glück noch nicht so ja Gott sei Dank möge es so möge es so bleiben auf jeden Fall das wäre ja wirklich wirklich ärgerlich wenn du da so zurückgeworfen würdest oder werden ja das stimmt genau jetzt haben wir hier noch eine Frage wie groß bist du wie groß ich bin ich bin 1,69 hoffentlich klackig noch einen Zentimeter ja auf dem Podest wenn du auf der 1 bist dann bist du größer als alle anderen dann haben wir hier noch eine Frage aber ich ich stelle sie dir einfach aber ich würde sie an deiner Stelle nicht beantworten es geht hier wirklich da möchten ein, zwei Leute deine Autogrammadresse haben ich habe dich oder wir haben dich ja angeschrieben und du warst ja auch ganz fleißig ich halte das mal in die Kamera wir haben ja Autogrammkarten von dir wenn jemand ein Autogramm von dir haben will soll er am besten uns anschreiben mit einem frakierten Rückumschlag und wir schicken es raus oder möchtest du deine Adresse jetzt hier preisgeben ich würde es auch so die Idee finde ich gut okay ja alles klar was du aber noch nicht weißt wir schicken dir noch ein paar Karten also du musst noch du musst noch mal fleißig fleißig werden alles gut alles gut keine Arbeit ja ein bisschen schon du weißt ja nicht wie viele kommen bitte du weißt ja nicht wie viele kommen ach so ja aber es macht ja eigentlich schon Spaß okay wie oft wie oft bist du angesprochen bei Turnieren nach Autogrammwunst also nehmen wir mal das Beispiel Wetzlar wie oft bist du angesprochen ja bei Wetzlar ist es mir wirklich am größten Erinnerung da war es echt so wenn ich da oben nach dem Spiel vor allem als ich oben in dem Zuschauerbereich weil da auch ich glaube mein Vater und mein Bruder waren mit und noch der Manager und ein paar so wenn ich zu denen gegangen bin dann waren schon auch viele kleinere ich könnte es jetzt gar nicht in der Zahl sagen aber da waren schon echt viele so da wurde ich oft gefragt oder auch unten in dem Bereich haben mir solche so Kart oder wie auch immer zugehalten aber sonst auf internationalen Turnieren da sind nicht also es ist ja eher Jugendturnierungen da kommen da kommen es sind ja in so Polen Kroatien und so erkennt einen ja so keiner genau das spiele ich ja eigentlich am häufigsten aber zum Beispiel in Wazja war es echt schön also da haben einen schon relativ viele erkannt oder wollten also heutzutage ist ja auch öfter so dass die ein Foto wollen vor allem kleine aber sonst eigentlich überschaubar und alle auch nett gewesen und nicht nachdem hier unterschreibt mal bitte nicht so nach dem Motto hier unterschreibt jetzt mal oder vernünftig und nett angeschrieben angesprochen ja das ist ja auch immer relativ wichtig finde ich ja auf jeden Fall schön schön so was ich ja vorhin schon angesprochen hatte Jola und beziehungsweise Sven von Jola hat noch ein kleines Überraschungsbonbon für uns nämlich es wird ein T-Shirt von dir geben ein Trikot von dir mit deinem Namen befloggt was du dann unterschreiben müsstest noch oder solltest das wird dir zugeschickt das wollen wir verlosen wir haben keine Ahnung wie wir es verlosen hast du eine Idee einfach wir posten ein Foto auf Instagram und Facebook jeder soll runterschreiben wer es verdient hat dein T-Shirt zu bekommen oder dein Trikot zu bekommen und dann losen wir einfach aus oder hast du eine andere Idee ne finde ich gut die Idee ist gut ok dann machen wir noch ein Foto davon und dann schauen wir mal wer der glückliche oder die glückliche Gewinnerin ist wenn es ein Gewinner ist wird es sicherlich ein T-Shirt wenn es eine Gewinnerin ist dann wird es ein Damentrikot das hat Sven schon gesagt das wird vorher dann bestimmt ne es wird ja gelost und wenn es jetzt eine Gewinnerin ist dann gibt es ein Yola Damentrikot und wenn es ein Gewinner wird dann gibt es ein Yola T-Shirt halt mit einem Namen Unterschrift drauf und ich lege mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster wir machen noch drei Schlägerhüllen dazu ich hoffe ich kriege die von Sven ansonsten machen wir welche von uns Müsstest du dann auch noch unterschreiben und dann können wir heute Abend oder morgen eine Verlosung machen weil wir von Spin und Speed wir sind technisch da nicht so gut das macht also in der Tat meine große Tochter die ist auch 17 Jahre und die wird das heute Abend oder morgen auf Instagram dann mal posten und dann machen wir noch eine schöne Verlosung draus dass das ein Rundum-Sorglos-Paket dann wird und dass der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen Spaß dran hat ja auf jeden Fall die halbe Stunde ist vergangen wie im Flug du ich gucke auf die Uhr hier 18.30 mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht wie war es für dich ich fand es auch sehr gut also Fragen waren sehr gut und ja mir hat es auch viel Spaß wunderbar vielleicht können wir es mal wiederholen also wir haben dich ja oder wir haben dich ja wirklich einfach auf Instagram angeschrieben und du hast super schnell geantwortet fandst das wahrscheinlich auch super toll und dann haben wir ein paar Wochen gebraucht um das vorzubereiten aber eine tolle Geschichte einfach und dafür vielen herzlichen Dank dass du dich da echt bereit erklärt hast du bist ja nun mal das größte Nachwuchstalent in Deutschland ist ja nicht so dass man einfach sagt die Sophia die macht das jetzt einfach dafür vielen 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 Dank und sehr gerne wir hoffen wir können es irgendwann mal wiederholen ja sehr gerne ich habe keine Ahnung du siehst das wahrscheinlich wie viele haben zugeguckt wie viele haben irgendwas in den Kommentaren geschrieben ich glaube es sind so um die 40 gewesen okay gut wir haben nur wir haben 300 Follower oder 400 knapp du hast wie viel hast du 3.400 3.300 irgendwie so in der Richtung dann machen wir das vielleicht nächstes mal lieber über deinen Kanal dann kommt vielleicht mehr wobei ich glaube dass die also aus meinem Kanal ich glaube es sind auch viele drin ich glaube die bekommen auch eine Nachricht okay cool dann sage ich Sophia vielen 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 Dank gerne bleib gesund bleib so wie du bist fröhlich lustig völlig unkompliziert so wie wir geschrieben und gemailt haben hat echt tierisch viel Spaß gemacht ja da haben wir auch schon andere Sachen erlebt vielen vielen Dank Sophia und wie gesagt meine Tochter stellt das dann dann auf Instagram die Ware kommt zu dir wer ein Autogramm haben will wendet sich an uns und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal ja alles klar super Sophia danke dir mach's gut tschüss 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 so wir können gespeichern Vielen Dank.